Wenn jetzt trotz dieser Fülle an Informationen, die wir bereits aufgezeichnet haben, jemand jetzt sagt, ich möchte mich noch tiefer in diese Thematik einarbeiten, gibt es interessante Fallbeispiele oder Gerichtsurteile, in denen man sich über Medien- oder Urheberrecht in der Schule noch weiter informieren kann. Es gibt sehr wenige Gerichtsurteile, ein ganz aktueller, da geht es tatsächlich, das betrifft nicht nur die Schule, aber da geht es um die Facebook-Fanpage und die Verantwortlichkeit, wenn ich also eine Fanpage haben möchte, vom EuGH, das ist jetzt, ich glaube im März diesen Jahres, 2019 ist das rausgekommen, wenn Sie darüber hinaus Informationen benötigen oder Informationen wollen, über den Datenschutz, da sind die Datenschutzbehörden ganz vorne mit dabei, die haben wirklich gute Informationen, also datenschutz.rlp.de, da gibt es so ein, einmal über die Suchfunktion, ansonsten, diese Rubrik nennt sich Medienbildung und Schule und da bekommt man wahnsinnig viel Information. Das gleiche gibt es in Hessen, in Datenschutz Hessen, die haben ganz viele auch Formulierungsvorschläge, Baden-Württemberg, die haben eine tolle FAQ-Liste, also auch da bei diesen häufig gestellten Fragen kann man sehr viel erfahren. Es gibt die Möglichkeit bei ClickSafe sich anzuschauen, eine Vielzahl an Möglichkeiten, Informationen, aber auch um zum Beispiel das in den Schulunterricht mit einzubringen. Also da haben Sie viele, viele Quellen und Ressourcen. Dann erwähne ich natürlich auch gerne immer die Handreichung Schule.medien.recht vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, da finden Sie auch sehr viele Informationen. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall noch mal tiefer einarbeiten. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall noch mal tiefer sein. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall noch mal tiefer sein.